Der läuft so komisch. Okay, ich muss wohl erstmal hier, oh das sind jetzt glaube ich mehrere, vier Leute. Boah, der mit dem dicksten Schwert ist am schwächsten. Ah, kommen die nächsten. Ja, egal. Scheißegal, kann passieren. Fuck, voll nicht aufgepasst, alter. Passiert, uraltes Drachensiegel, bla bla bla. Das passiert, wenn man zu fokussiert ist. Das ist kein Problem, ich mache erstmal das hier. Nicht nochmal. So. Verreckt doch endlich man. Lustig, den kann man auch einmal töten und der ist für immer weg. Ja, was denn? Skeptiker Gewürz. What? Der versteckt sich hinter der scheiß Wand. Zwei werden echt ein Problem. Okay. Aha, die Leiter ist also ein guter Spot. Und jetzt noch den da hinten. Ich pull den mal. Ich pull den mal. Der ist riesig. Der ist riesig. Der ist riesig. Der ist riesig. spinnig. Ich pull den mal weg. Ach, Mann, da ist ja noch einer. Okay. Was ist los? Hast du Angst? Okay. Pisser. Oh, das wäre nicht nötig gewesen. Jetzt noch den da. Okay. Okay. So. Hoffentlich schaffen wir das. Direkt beim ersten Mal. Oh, fuck. Oh, fuck. Das war's. Missed. Scheiße. Kleiner Pisser. Bitch. Du bist jetzt meine Bitch. Missgeburt. Ich hab ihn zu meiner Bitch gemacht, weil ich's kann, weil ich der Killer bin. Easy peasy, Alter. Allo? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Aber ich bin... Erhöht Willen Ich hab die noch gar nicht Den Ring Ich brauche aber eigentlich keinen Ring Prächtiges Leben Keine Nehmen für Miracles Nein So Komme ich hier nochmal hin Ist das hier nicht der Weg zur Werft Die Werft war nämlich Ne Quatsch hier Aha Hier unten sind noch ein paar von den scheiß Rittern Aus Leidenschaft Ähm Wo geht's denn hier hin Oben ist auch nochmal Einer Komm Hier Mohammed Ali Alter Bam Oh, ist das alles? So. Geht. Das. Boah, voll abgestaubt. Hellbarde eines alten Ritters. Boah, wie oft ich jetzt ohne... ...Schild gespielt habe eigentlich. Dabei ist das super wertvoll. Na, du Pisser. Willst du mich beeindrucken? Zeig mal, was du kannst. Okay. Das war schon nicht schlecht. Aber üb noch ein bisschen. Ähm, hier ist jetzt der Aufzug. Richtig. Ich finde es interessant, dass hier nichts ist. Ich hätte nicht gedacht. Das New Game Plus noch mal so viel Spaß macht. Ja, und jetzt? Na, du Pisser. Tut mir leid. Hat's weh getan. Hier ist natürlich zu. Hm, warum? Eine zuhe Tür, sagt der Ossi. Ritterhelm, Ritter, Ritter, Rüstung, Ritter, Stolpen, Ritter, Gemarschen. Ach so. Noch nicht mal ein Gegner hier oben. Ich wollte schon sagen. Oder komme ich jetzt etwa erstmal in die Ritter, äh, in die Rattenwelt. Ich glaube ja. Entweder Rattenwelt oder... Hallo. Danke. Danke. Es ist nicht viel zu erzählen, aber naja. Ja, doch. Hier die Werft. Verarschen kannst du mich nicht, Alter. Hier muss ich aufpassen. Okay. Titanitbrocken. 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 Heilen ist nicht, Alter. Wenn hier einer heilt, dann ich. Und das klar ist. Ein Schlag, Alter. Du hältst hier nichts aus. Und wohin läufst du? Ja, mach mal. Ach, von hinten. Und ich von vorne. Schwuchtel. So, sieben Estus. Okay. Ach, du gibst... Du lebst hier auch noch. Wolltest du mich hier, äh... zum Bluten bringen? Aha. Nicht mit mir. So. So. Ring der Lebenssicherung. Oh, krass. Oh, oh. Mein Großschwert ist in Gefahr. Jetzt bin ich echt im Arsch. Okay. Du Hund! Im wahrsten Sinne des Wortes, Alter. Ge puede. Ja.